Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Fashion-Auskopplung von Style Coaches und ich habe heute die Carina da. Und die Carina hat sich gewünscht, einfach mal weg von der Jeans und sie würde ein bisschen fraulicher werden, ein bisschen femininer, vielleicht auch so ein bisschen verspielter und hat gesagt, zeig mir doch mal ein paar Looks, so Richtung Kleider, Röcke und vielleicht noch einen schönen Übergangsmantel. Ich denke, das kriegen wir ganz gut hin und ich freue mich und wenn ihr Bock habt, dann kommt doch einfach mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 YouTuber ZDF für funk, 2017 Alegriva Bezehntel ZDF für Ewowitz Du darfst kommen. Ich lasse dich erst mal zu Wort kommen und dann darf ich meinen Senf dazugeben. Erzähler. Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich hätte es so sicher nicht rausgegriffen. Aber ich finde es cool, auf jeden Fall cool. Du würdest es so nicht machen, ne? Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall. Sogar hätte ich es so nicht rausgesucht. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und frisch. Frisch, ne? Du hast ja gesagt, Türkis, das sind so deine Farben. Jetzt haben wir Türkis hier nochmal aufgegriffen. Und Rock war ein Thema. So ein bisschen den Mädchen-Look. Ja. Fraulich ein bisschen. So, dass man sagt, du kannst auch... Du wolltest ja immer so ein bisschen schwingen, ein bisschen entspannt trotzdem ein schönes Outfit haben. Und den Sneaker, den kann man jetzt trotzdem noch im Herbst-Winter gut tragen. Passt mit dem Weiß in dem türkisen Rock sehr, sehr gut. Ansonsten kann ich dir nachher auch mal die Variante zeigen, wenn du eine Stiefelette oder derben Boots dazu anziehen kannst. Dann kannst du auch nochmal das Outfit so ein bisschen anders aufbrechen. Ja. Genau. Ansonsten auch hier so ein bisschen drüber und drunter eine weiße kleine Bluse. Peppt dann auch einfach nochmal ein bisschen auf. Und ich habe gerade gefragt, wo arbeitest du? Das heißt, so ein bisschen Business-Tausch darf es auch sein. Und das ist es auch tatsächlich. Ja. Wenn die Jacke aus ist, hast du dann auch für das Büro einen guten Look. Ja, ja. Das ist super. Sehr schön. Aber ich habe noch ein bisschen was in petto. Ja, okay. Wir können noch ein bisschen zaubern. Du weißt, du darfst wieder anfangen. Ja. Guck dich ruhig mal an. Wir haben ja hier noch ein bisschen was gezaubert unten drunter. Ja. Ein schöner frischer Look. Ja. Aber auch elegant. Ja. Ein bisschen kürzer vom Rock her. Ja. Ich hatte dich gefragt, darf ich ein bisschen mutig sein? Also wir sind ja so Knielänge. Ja. Das ist schön schwinnendurch. Ja. Ein bisschen mädchenhaft, ne? Nein. Genau. Ja. Ich habe es jetzt gerade auch vorhin dir schon gesagt. Wir haben jetzt die Strumpfhose in so einen Anthrazit-Ton. Das tut dem Outfit jetzt nicht weh. Das ist nicht schlimm. Ich würde es tatsächlich einmal anprobieren mit einem Begenschuh. Dann greifen wir den Mantel wieder auf. Oder die Alternative wäre halt der schwarze Boots. Der es wieder so ein bisschen aufbricht und ein bisschen cooler macht das Outfit. Und dein Anspruch war ja oder dein Wunsch war ja, lass uns bitte einen Rock, ein Kleid und das Ganze ein bisschen schick und farbenfroh machen. Und so greifen wir wieder deinen Türkis auf, was wirklich schön für dich ist. Du hast so eine schöne, zarte, helle Haut und mal gucken, was der Sven jetzt noch zaubert mit den Haaren. Von der Farbe her, dann denke ich, wird das auch wirklich alles schön harmonieren zusammen. Ja. Sehr schön. Schön. Ja. Aber eben auch elegant. Schön. Ja. Also eins habe ich noch im Petto. Das probieren wir jetzt gleich nochmal. Ja. Guti. So. Hallo ihr Lieben. Wenn ihr Lust habt, einen individuellen Personal Shopping Tag zu verbringen bei uns beim Bräuninger, dann geht doch auf unsere Seite. Da findet ihr einen QR-Code. Der wird, glaube ich, euch nochmal eingeblendet. Und dann könnt ihr ein ganz individuelles Shopping Erlebnis buchen. Und da stehen ganz viele Mitarbeiter für euch bereit und verzaubern euch in einen wunderschönen Tag. Und ganz individuell könnt ihr euch einkleiden lassen und es wird sich ganz, ganz viel Zeit für euch genommen. Also, wenn ihr Lust habt, einfach auf die Seite gehen und uns buchen. Bis dahin. So, Carina. Yay. Cool. Du strahlst, ne? Das ist cool. Ja. Also, wir haben ja hier ein Kleid, ne? Also, ich habe dir nochmal gezeigt, du kannst immer mit diesem drüber drunter Look arbeiten. Wir haben jetzt den blauen Pullover dazu rausgesucht. Du kannst ja auch mal einzeln tragen. Aber hier haben wir wirklich wieder das, was du möchtest. Ein Kleid. Ein bisschen femininer. Du bist mit Hosen normal unterwegs. Und jetzt habe ich dir hier einen Look gezeigt. Auch wieder mit diesen bisschen derbaren Boots. Das bricht es einfach auch hier nochmal wieder in dem Fall. Und dann unser schöner Mantel, den ich dir wirklich empfehlen kann. Das ist so ein Allrounder. Den kannst du auf ganz, ganz viele Sachen machen. Und der ist tatsächlich hier unter nicht gefüttert. Aber trotzdem für einen Übergang sehr, sehr schön. Genau. Also, ich glaube, das ist auch trotzdem ein Business-Outfit, aber auch ein Wohlfühl-Outfit. Ja. Ja? Sehr cooles Teil. Fühlt sich gut? Ja. Und du strahlst, ne? Mit dem Blau, das sind deine Farbtöne. Ja. Und du streichst schön deine Augen und die glänzen. Ja. Sehr gut. Fantastisch. Ja? Ja. Gut, ich freue mich. Wenn du happy bist, bin ich auch happy. Sehr gut. Ja. Ich glaube, eins habe ich noch im Petto. Okay. Jetzt sind wir fertig. Ja? Super. Du darfst. Gefällt mir mega. Ich habe schon gedacht, oh Gott, warum sagt sie nichts? Ich würde sagen, so Motto, all over Clyde wolltest du ja, ne? Ja. Und ich glaube, das haben wir heute auch ganz gut erfüllt, ne? Ja. Also. Absolut. Ich habe dir ja jetzt mal gezeigt, ich finde so einen hellen Boots mega cool dazu. Ja. Dann mit der hellen Tasche. Die habe ich dir jetzt schon durch die ganzen Outfits zieht, die sich durch. Das ist auch so ein Klassiker. Ja. Und ich mag vom Kleid her wirklich so ein bisschen auch diese Saison ist, dass du diese Mesh-Optik bekommst wieder ganz stark. Ja. Und wir greifen dann nochmal deine Farbe auf, ne? Ja. Wir sind zwar in dieser Wohlfühlzone, aber du hast gesehen, wir haben auch so ein Beispiel gehabt, was gar nicht geht. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir gleich gar nicht, aber das sind schöne Looks. Ja. Das sieht sich super an. Sehr schön. Sieht sich super an. Sehr gut. Fühlt sich für mich auch gut an, sodass ich echt wirklich ein sehr gutes Gefühl habe, dich so. Genau. Und das ist feminin. Sehr gut. Sehr schön. Genau. Ja Mensch. Was ich mir gewünscht hatte. Dann haben wir es. Prima. Dann kannst du einmal in die Kabine. Danke. Bitte. Tschüss. Ich habe heute einen ganz spannenden Tag mit der Carina verbringen dürfen. Und die hat ja gesagt, sie möchte einfach von der Jeans mal weg und möchte ein bisschen Kleider, ein bisschen Röcke anprobieren. Und genau das haben wir gemacht. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Lieblingsoutfit von ihr gefunden. Und wenn ihr Bock habt reinzuschauen, dann abonniert einfach die Glocke und dann könnt ihr mehr von uns sehen. Bis dahin.